wie immer eine andere waffe dazu auch ich muss mal ausprobieren ob ich spiel denn noch spielen kann ich kann gar nicht getroffen wir tun es jetzt auch in die manchen nicht manchmal zu leute jetzt mal vollgas rauf carambo leute das alle lecker ich mach ja nicht video ja ja ist der youtube kanal gerade erst erstellt punkt wo bist du hin nein der trifft doch noch so demütig baby für mich hilft immer das vöcke ja ja ich hab einfach kein bock mehr welches mehr schossig am liebsten mann wer nun gibt es gerade mal gekriegt oder so einmal einmal nur einmal in diesem video zweimal mir auch nicht 360 no stop hookah booger let's go und das game einfach den findet die grabber ist schon okay wenn man das mal so überlegt lass mal nur mit trickshots machen das ist kein trickshot wenn du den machst und ich stehe leid wenn ich sonst niemals treffen würde mein gott der war nicht mal so schlecht das ist auf jeden fall ein trickshot jungen jungen was kann ich denn dafür wenn ich am boden lang wo dann aus hübsch sogar um das machen wir mal einen anderen trick kippen der hat aber auch nicht das habe ich mir den cooler vorgestellt will ich noch mitmachen? Oh ne auf dem Big Shot Arena Du Fickst du dich Fickst du was machst du hier was machst du mit mir die die genommen hätte ich so in die wand geklatscht das kommt schon dass es mal gegangen das funktioniert dann wirklich ich habe dieses game einfach über alles so spießt dann das waren sie wahrscheinlich alle deutsch auch so war die war ich komme dazu was machst du denn da was ist los schnack sind so nicht nur durch mich immer gerne Was sollte man noch rausnehmen hier? Hä? Was sollte man noch rausnehmen, dieser dummen Grabber? Huh? What the f**k? Ohhhh! What the f**k? Ich will einfach hier rein, ich... Ne, was ist das für ein schlechter Laufgegen? Ich hab' einen Bild gehabe... Diesen Moment, wenn ich noch denke, dir gar nicht mehr los. Alter, ich hasse dich, Junge! Hier war gerade am Grabeln! Ne, Junge, ich hasse dich! Bei einem halt nichtann erst sterben! Der war schon eh na geil. Was, Junge? Ich dachte, wir machen No Scope. No Scope. Das war ein No Scope. Das war aber sowas von No Scope. Äh, spielts noch Minecraft? Ne, ne? Das ist Minecraft-Spieler, Junge. Hä? Nein. Schon länger nicht mehr. Schon länger nicht mehr. Ani, das ist... Ja, schon, aber wir müssen länger her. Junge, hör doch mal auf im Laut zu machen! Sag, das siehst du? Äh... Verlass mich. Junge, dein Ernst? Ich soll doch mal wohnen! Ich will nicht sagen, das wird man alles in meinem Video, ne? Aber die hast du vorhin auch einmal gemacht. Ja, und? Ja, und? Hat man denn dein Scheiß-Video? Das ist die ganze Zeit beleidigt. Doch, die Mutter oder alles gehst du? Solche Sachen. Ich bin ja auch ganz nett, nur wenn man mich abfragt. Ich kann auch einfach sagen, ja, du darfst meine Stimme nicht mit reinmachen. Hör mir was an! Das ist meinst du mir so egal, weil du bist eh nicht, mein Kanal niemals finden und zweitens... Wie heißt denn dein Kanal? Das sag ich dir eben nicht. Du haben das? Ich könnte nicht nicht sagen, ich könnte nicht vorstellen, du, dein... Wie alt bist du, zehn... Ja, um... Dafür kann man trotzdem... mit zehn Jahren bist du mit Anzeigen. Mann, Kind... Weiß, was du bist? Ich kann das viermal nicht, der keine Mutter hat und immer sonst ein Vater. Ein Blutscht, ne? heißt ich bin kein huấns non zweiter kostet für diesen trennen landlords delegte